Missai Kawai Teufarm Hier haben wir Tanto Komunryu Kimmatsuba Ginrin Kawari Mono Am deutsch Sanker Dann haben wir einen Ginrin Chagoi Und einen schönen Ginrin Ocewa Auch hier sind alles Mädchen, wer hier Interesse hat Die Fischer sind noch frei Bis auf den Ginrin Kawari Mono Der ist vielleicht verkauft oder reserviert Müsst ihr einfach nachfragen, wenn es euch interessiert